Hey, schön, dass du wieder da bist hier am Donnerstag. Heute habe ich eine Zuschauerfrage dabei, nämlich habe mich der Matthias gefragt, wie er es schaffen kann, mehr Frauen klarzumachen. Er hat immer das Gefühl, dass die Frauen ihn nicht so als attraktiven Mann wahrnehmen, ihn sehr oft ablehnen oder nach ein paar Dates keine Lust mehr auf ihn haben. Und das liegt meistens daran oder liegt meistens an einem großen Fehler, den viele, viele Männer machen da draußen, die nicht so erfolgreich mit Frauen sind. Den will ich heute mit dir klären, deswegen ganz viel Spaß beim Video. Also der große Fehler, den die meisten Männer da draußen machen, den ich immer wieder bei meinen Coaching-Teilnehmern auch beobachten kann, ist, dass die Frauen für sie die Nummer 1 Priorität in ihrem Leben sind. Es ist die Nummer 1 Priorität in ihrem Leben, eine Frau kennenzulernen. Es ist die Nummer 1 Priorität im Leben, diese eine spezielle Frau, wenn du zum Beispiel mit ihr in einer Beziehung bist, die Frau, die du gerade neu kennengelernt hast, ist die Nummer 1 Priorität in deinem Leben. Und das machen ganz viele Männer so. Sie machen sich den ganzen Tag Gedanken um diese spezielle Frau. Was soll ich hier schreiben? Wie kann ich die Anziehung aufrechterhalten? Mag sie mich denn überhaupt? Wie schaffe ich es, dass die Beziehung auf Dauer funktioniert, dass sie mir nicht fremd geht? Die Männer machen sich also so viele Gedanken über das Thema Frauen am Tag, dass sie sich nur noch darüber Gedanken machen. Die Frau ist die Nummer 1 Priorität. Und der Punkt ist, das habe ich schon mal in einem vorherigen Video gesagt, die Frau will niemals die Nummer 1 Priorität sein. Die Frau will, dass du ein starkes Ziel verfolgst, was auch immer das ist, dass es dir selbst überlassen, dass du einfach ein Ziel verfolgst, das dich antreibt, das aber nicht unbedingt was mit ihr zu tun hat. Und sie ist dann super zufrieden, wenn sie einfach die wichtigste Frau in deinem Leben sein kann. Sie möchte schon die wichtigste Frau in deinem Leben sein, aber sie möchte nicht die wichtigste Sache in deinem Leben sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und viele dieser Männer, die jetzt mit Frauen nicht so gut sind, die sind halt auch deswegen mit Frauen nicht gut, weil sie ihr eigenes Leben nie so gestaltet haben. Die haben keine richtigen Hobbys, die haben keine berufliche Perspektive, vielleicht sind sie gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Das sind meistens Männer, die auch bei mir in den Coachings sind, die einfach so ein bisschen Regelung ihres eigenen Lebens nochmal zusätzlich brauchen, weil sie einfach die Frau immer auf dem Podest stellen, die Frau immer als Nummer 1 Priorität sehen. Und das funktioniert einfach gar nicht. Also solange die Frau oder auch die spezielle einzelne Frau so eine riesen Priorität in deinem Leben hat, solltest einfach mal entspannt einen Schritt zurücktreten und dich wieder mehr auf dich fokussieren. Was ich dann zum Beispiel ganz gerne mache, ist, ich bin einfach gerne in der Natur unterwegs. Ich bin so Naturbursche, so Naturmensch. Ich gehe dann einfach gerne in die Natur, gehe da ein bisschen spazieren, einfach alleine, höre vielleicht ein Hörbuch oder so, gehe zum Sport oder kümmere mich einfach um Sachen jetzt hier, die mit dem Channel zu tun haben oder mit den Produkten und so weiter. Und du solltest einfach Sachen haben, die dir generell wichtiger sind als die Frau. Denn in dem Moment, wo die Frau das Wichtigste für dich ist, bist du auch bereit, alles für sie aufzugeben. Bist du bereit, deine Prinzipien für sie aufzugeben, bist du bereit, dich schlecht behandeln zu lassen. Und wenn du selbst, also wenn du keinen Grundrespekt einforderst von der Person von dir gegenüber, dann wirst du diesen Grundrespekt meistens auch nicht bekommen. Wenn die Person dir gegenüber merkt, dass sie alles mit dir machen kann, dann ist es oft auch so, dass Personen das bis zu einem gewissen Punkt auch ausnutzen. Ja, natürlich, die meisten Personen werden dich nicht bis aufs Blut ausnutzen, aber solange du keinen Respekt einforderst, wirst du auch keinen bekommen. Das ist so die Botschaft. Und deswegen, wenn du jetzt an dem Punkt bist und merkst, okay, Frauen klar machen, ist schwierig für mich. Ich lerne einfach nicht genug Frauen kennen, die haben nicht so viel Bock auf mich, die Anziehung geht schnell verloren, wir treffen uns höchstens auf einem Date. Dann ist es wahrscheinlich, dass dein Fokus viel zu sehr auf dieser Frau liegt, auf dieser einen speziellen Frau. Du hast sie kennengelernt, bist mit ihr auf einem Date und du bist schon voll darauf fokussiert, hey, wie bekomme ich sie ins Bett, hey, vielleicht wird sie meine Freundin, du siehst schon die Kinder hopsen und das gemeinsame Haus am See. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann ist es einfach schwierig. Dann bist du schon in deinen Gedankenstrukturen verloren und bist auch gar nicht mehr richtig anwesend bei dem, was gerade passiert. Und dann wird diese Frau viel zu wichtig für dich. Dann repräsentiert diese Frau Sachen, die sie eigentlich gar nicht halten kann, weil sie auch einfach nur ein Mensch ist. Das heißt, wenn du merkst, okay, mit Frauen läuft es momentan nicht so gut, ich verliere nicht schnell die Anziehung zu mir, dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Leben nicht genug polarisiert ist. Das heißt, dass dein Leben viel zu sehr auf Frauen und darauf Frauen zu bekommen ausgerichtet ist. Guck dir dein Leben mal an, mach mal eine ehrliche Inventur deines Lebens und schau mal, hey, wie sieht es denn aus mit meinen Hobbys, wie sieht es denn aus mit meinen Leidenschaften, wie sehr pflege ich denn meine Freundschaften, wie sieht es aus mit meinem vielleicht spirituellen Leben, wenn du sowas in deinem Leben hast. Wenn nicht, kann ich dir nur Meditation empfehlen. Gab es auch letztens ein Video zu. Das sind alles Dinge, die werden dir dabei helfen, dass die Frau nicht mehr die Nummer 1 Priorität in deinem Leben ist. Und wenn sie das nicht mehr ist, dann wird sie auf magische Art und Weise ganz stark von dir angezogen sein. Und dann werden auch viele Frauen auf magische Weise ganz stark von dir angezogen sein. Schön, dass du hier warst an diesem Donnerstag. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst oder wenn du generell wissen möchtest, wie du an diesen Punkt kommen kannst, dass Frauen dich sehr anziehend finden, dann lade ich auf jeden Fall meinen Gratisartikel in drei einfachen Schritten jede Frau bekommen runter. Da willst du auch teilweise Online-Coachings und lernst viel über solche Sachen. Das Ganze findest du unten in der Ecke. Das Bild mit der Frau einfach mal draufklicken. Du kannst außerdem hier meinen Channel abonnieren oder dir oben in der Ecke das letzte Video ansehen, was rausgekommen ist. Schön, dass du hier am Donnerstag dabei warst. Wir sind es am Samstag. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao.